Ist Ihr BH auch immer so unbequem? Sind Sie es leid, dass die Träger dauernd rutschen? Müssen Sie Ihren BH ständig zurechtrücken, damit er am richtigen Platz bleibt? Bohren sich die Bügel in die Haut? Schneidet er ein und betont Ihre Pölsterchen? Offenbar tragen 80% der Frauen eine falsche BH-Größe. Nach dem Kauf kann Ihnen dann so etwas Ähnliches oder gar dasselbe passieren. Aber nun haben wir etwas für Sie, das alle Ihre Probleme mit Büstenhaltern endlich löst und Unbequemes in Bequemes verwandelt. Im Ernst, warum sollten Sie so aussehen, wenn Sie stattdessen so aussehen könnten? Wir stellen Ihnen den Comfortis Bra vor. Jetzt können Sie sich endlich richtig wohlfühlen, denn er sitzt gut und verleiht Ihnen einen modernen Look. Der Comfortis Bra ist deshalb so viel bequemer als Ihr herkömmlicher BH, weil er mit der einzigartigen Santoni-Nähmaschine hergestellt wurde. Er bietet optimale Elastizität und Halt, ohne Bügel, Träger und Häkchen. Wir garantieren, dass dieser BH Ihnen eine formvollendete Figur gibt. Er ist elastisch, passt sich an alle Veränderungen Ihres Körpers an und sitzt immer so perfekt wie am ersten Tag. Sie müssen nur entscheiden, welche Größe Sie nehmen. S, M, L, XL oder XXL. So einfach ist das. Ihre Comfortis Größe ist die gleiche wie die Ihrer Blusen oder T-Shirts. Schluss mit dem Kampf mit Häkchen und Trägern. Es ist ganz einfach. Ziehen Sie Comfortis Bra an wie ein T-Shirt. Sie können Sport damit treiben. Er ist so bequem, dass Sie auch damit schlafen können. Comfortis Bra geht mit der Mode. Egal, ob Sie einen allein tragen oder zwei in Lagen übereinander. Das Ergebnis ist immer spektakulär. Der klassische Comfortis ist in sechs Farben erhältlich. Genießen Sie Bequemlichkeit und Stil ohne Verschlüsse, Einschränkungen und Probleme. Tragen Sie einen BH mit Stil. Sie brauchen mehr Volumen? Lassen Sie sich nicht der neuen gepolsterten Comfortis Bra entgehen. Ideal für kleinere Größen. Comfortis gibt Ihnen eine wohlgeformte Silhouette ohne Verschlüsse und mit absoluter Bequemlichkeit. Erhältlich in Schwarz, Weiß oder Beige. Das ist noch nicht alles. Für größere Volumen gibt es den neuen Comfortis Bra mit Verstärkung in sechs Farben. Vergessen Sie die Probleme beim Wählen eines passenden BHs. Genießen Sie Bequemlichkeit und Stil. Einzigartig. Comfortis Bra.